Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir neigen ja gerne dazu, unser Licht unter den Scheffel zu stellen und doch eher das Negative zu betonen. Dabei gibt es doch so viele positive Nachrichten in unserem Land. Wenn ich hier einen Steffen Kampeter noch sehe, und wir haben einen ausgeglichenen Haushalt im Bund, über 43 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, die Wirtschaft läuft gut und wie das heute diskutierte Gutachten zeigt, ist Deutschland in der Spitzengruppe bei Forschung und Innovation. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Laut dem Index des Weltwirtschaftsforums liegt Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit weltweit an vierter Stelle. Vor uns liegen nur die Schweiz, Singapur und die USA. Und diese Stärke verdanken wir den vielen fleißigen Menschen in unserem Land und der Innovationskraft von Wissenschaftlern und Unternehmen. Auch wenn wir zur Weltspitze gehören, wissen wir, der Erfolg kommt nicht von alleine und die Konkurrenz schläft nicht. Wenn wir weiterhin zur Weltspitze gehören wollen, dann müssen wir weiterhin am Ball bleiben, nicht nur beim Fußball. Wir müssen neue Trends und Herausforderungen frühzeitig aufgreifen und schauen, wo wir nachsteuern müssen. Wir wissen, die Grundlage für unseren Erfolg ist die Bildung und Forschung. Und daher investieren wir massiv in diesen Bereich. Staat und Wirtschaft geben jährlich rund 84 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus. Und damit erreichen wir rund 2,9 Prozent des BIP und damit nahezu das 3-Prozent-Ziel der Strategie Europa 2020. Der Bund gibt knapp 16 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus. Und zwei Drittel der Gesamtausgaben kommen von der Wirtschaft. Auch dafür vielen Dank. Das Fundament des Forschungssystems sind die Hochschulen. Und da möchte ich schon auch darauf hinweisen, dass Bayern, mein Heimatbundesland, die freien BAföG-Mittel in die Hochschulen investiert und damit in die Zukunftsfähigkeit. Und Herr Lenkert, Sie haben das ZBW angesprochen. Sie wissen, dass das eine Bund-Länder-Entscheidung ist. Und dann ist hier auch Ihr Ministerpräsident beteiligt daran. Die Gutachter, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben in dem vorgelegten Bericht auch einige Empfehlungen ausgesprochen. Unter anderem die Forschung und Entwicklung in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu stärken. Und das wollen wir auch weiterhin tun. Hier gibt es eine Vielzahl von Programmen. Bis 2017 wird das Fördervolumen in dem Bereich alleine vom Forschungsministerium auf 320 Millionen Euro aufgestockt. Es gibt Unterstützung für Unternehmen in den Bereichen Digitalisierung, Industrie 4.0, um nur einige zu nennen. Im Programm KMU Innovativ wurde bereits eine Fördersumme von insgesamt 920 Millionen Euro genehmigt. Und auch das Thema Robotik ist angesprochen worden. Auch das Thema haben wir bereits aufgegriffen. Denn wir wissen natürlich, dieser Trend ist nicht aufzuhalten und für Deutschland als Fabrikausrüster der Welt von entscheidender Bedeutung. Hier müssen wir mithalten. Und im April dieses Jahres wurde die Förderlinie Autonome Roboter mit Assistenzfunktionen gestartet und auch die Förderung zur Mensch-Technik-Interaktion läuft ja bereits. Auch Fraunhofer, gefördert mit viel Geld vom Bund, forscht zur Assistenzrobotik. Und als unser Schaufenster zur Welt dient in diesen Tagen auch die Messe München mit der Automatica, wo auch dieses Thema eine wichtige Rolle spielt. Und Gäste aus aller Welt kommen, nach Deutschland kommen, um die Neuheiten kennenzulernen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Mikroelektronik ist natürlich wichtig. In fast allen elektronischen Geräten befindet sich Mikroelektronik, ob im Smartphone, Tablet, Auto, Industrieroboter. Deswegen müssen wir auch diese Technologie weiter stärken. Sie ist unverzichtbar für die Umsetzung der Digitalisierung in der Wirtschaft, unverzichtbar für Industrie 4.0. Und so darf ich schon sagen, dass ich auch, es ist vorher auch schon beim Kollegen Kaufmann angesprochen worden, beobachte schon auch mit Sorge die Pläne einiger Unternehmen, ihre Forschung und Entwicklungsabteilungen ins Ausland zu verlagern. Die dort entwickelte Technik wie zum Beispiel Nokia am Standort München ist gerade für die von uns geförderten Bereiche von extremer, extrem wichtiger Bedeutung. Und es ist nicht nur eine Frage der Arbeitsplätze, sondern eben auch eine Frage des Standorts Deutschlands, eine Frage der Zukunftstechnologien, die meiner Meinung nach bei uns im Land oder zumindest dann auch in Europa bleiben sollten. Und neben all den technischen Förderungen vergessen wir aber auch Mensch und Umwelt nicht. Mit Programmen zur Arbeitsforschung oder zu Erde und Umwelt unterstreichen wir, dass diese unionsgeführte Bundesregierung eine zukunftsorientierte Innovationspolitik betreibt und damit Deutschland auf Erfolgskurs hält. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Heinz Riesenhuber.